hallo und herzlich willkommen bei reddog campbell ich bin heute wieder auf die jagdnach ein ticket und heute habe ich das spiel armor age tank force ww2 plenton battle tactics starte mal ich habe es gerade heruntergeladen ich kenne das spiel noch nicht glaube ich zumindest sound machen wir auch mal und voll bild perfekt auch noch einer Move out. Auf die Prüche, dude. Ok, ein Jäger, ein mittlerer Panzer, ein schwerer Panzer und was ist das, ein leichter Panzer und von der Räume Das war's für heute. Das war's für heute. Da bin ich jetzt mal gespannt. Leichter Panzer. Das war's für heute. 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 Okay. Okay. Das war's für heute. 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 Was hat's für heute? Los geht's! Das war's, ich denke, ich habe die Kuppe gemacht. Oh, fantastisch. Attack! Destroy! I'm on my way! Grim! We are under attack! Attack! Hey, man! He's up there for a while. Oh... Take no business! Move! 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 Mode clear! Move! 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 We're waiting for orders. Affirmative. Bauer clear. Steig by. Move out. Waiting for orders. Waiting, sir. Waiting for orders. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wie teuer ist es, ihn zu reparieren? Na, wenn ich mir ein Video anschaue, kriege ich noch mal 2 Silber. Bei mei 2. Nicht 2 Silber, sondern alles Wort 2. Oh mein Gott. Nice, nice, nice. Und der ist wieder repariert. Dann müssen wir hier mal den Kommandanten auf... 450, Kommandant... Okay... Kommandant... Der Fahrer... Okay... Der ist sehr fang. Der ist sehr fang, aber das ist wichtig. Der ist die ins Zwerge auf. Der macht den da rein. Eh, okay... Rumänien, Blau-Rot-Gelb, äh, Blau-Gelb-Rot, müsste glaube ich Rumänien sein, Rot-Weiß, was soll es Rot-Weiß-Schwarz sein, das ist Frankreich, Japan, Deutschland, da ist das hier Rot-Weiß-Polen, Deutschland, Polen-Polen-Polen-Polen, Brite, ich finde es hier auch ein Brite, Amerikaner-Pole-Russe, ja, ist schon ein interessanter Spiel, ich habe immer noch das Gefühl, dass es ein bisschen schwergängig läuft, das liegt wahrscheinlich auch daran, ich habe noch schlechte Panzer und meine Leute sind noch nicht so gut ausgebildet, Kursi. Viann, Principimo Personen, wenn du sowohl den Web, wenn du wienist, üste frركпр Of, doch alle! OK! 1... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist denn hier der Fahrer? 500 Verbessern Was ist das? 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 Wissen Sieh? Ich bin ordene Heyer! Sie ist untertackt! Das war auch den Jäger, den man immer am meisten schaden. Und wieder einen von mir ist zerstört. Dann gehen wir gleich mal hin. Erstmal hier gucken, was wir machen können. Kann man da. Jawoll. Und hier kann man da. Verbessern. Dann schauen wir mal, was hier hinten schönes ist. Hier leuchtet der Ausrufezeichen. Okay. Ich muss die Mission abschließen. Also hier sind die Quests, die Aufgabe. Das sind allerdings keine Tagesqueste. Das sind nur allgemeine Queste. Turnier gibt es auch. Aktuelle Belohnung. Ich bin auf 5.000. Also ich bin bei 501 bis 10.000. Ich bin auf 7.284. 5.000. Das ist doch schön. Finde ich gut. Ja. Gehen wir zurück. Ja. Das sind ein paar Missionen. Hier läuft es nach Zeit. Ich würde mal sagen, wir probieren nochmal die. Ah. Noch mal zurück. Die draufdrücken. Dann steht das. 1 und 2. Hier angreifen. Ne. Ich bin das. Und ich muss da runter. Da ist eine Station. Der Feind. Empfohlen 5 Panzer. Hm. Ich habe nur 4. Die sind ja witzig. Die sind ja witzig. Und dann mache ich das mit 4. Wenn 5 empfohlen sind, mache ich dann mit 4. Wenn 5 empfohlen sind, mache ich dann mit 4. Nein. 2. 3. 3. 4. Catholic 1 Zeunberg war nicht appartiert, denn hey sprich ist unser Motoren strikt. 5 die单. 6 oder. 6 die CC videok appartiert. 5 die Zeit. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Boah, nur einer überlebt, mein Churchill, mein Churchill, okay, jetzt, na, den kann man freischalten, da oben, die Mission, abspulschlossen, das haben wir hier noch, 5, die Kiste aufmachen, 1, 5, 1, okay, hier kann man was verbessern, den Ladeschützen, und verbessern sich, das ist weit genug, aber nicht, hier, den Fahrer auf 3, den Ladeschützen, kann man nicht mal verbessern, 400 noch, den Kommandant auf 4, den Fahrer auf 6, Richtschütze ist auf 1, der muss auf 8, 8, 8, Ok, ich würde sagen, das war's nicht für heute, ich finde das Spiel jetzt nicht ganz so gut, also, ist schon gut auf seine Art wahrscheinlich, Taktik, aber, das ist für mich doch ein bisschen zäh, Kaufen Sie neuen Panzer, in 20 Stunden, kein, ich hab schon mein Silber ausgegeben, oder kann ich da einen neuen kaufen, 2000, 2000, ne, kann ich nicht, aber ein Japaner würde mir noch fehlen, und hier brauche ich wieso noch 500, daher, ne, ja, gut, 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 dann gehen wir mal hier raus, damit ich das nicht beenden kann, dann schließe ich das so, so, ich hoffe euch hat das Video gefallen, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, bis dann wünsche ich euch viel Spaß, und auf Wiedersehen, Ciao, Ciao,